Hi Leute, nachdem ich gestern zwei Videos hochgeladen habe, kommt heute noch ein drittes, noch ein Let's-Play-Quiz-Duell. In welchem Jahr wurde die Schauspielerin und Sängerin Scarlett Johansson geboren? Wie heißt die gemeinsame Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti? Wofür war der Schauspieler Klaus Kinski bekannt? Wie nennt man die Lehre von der Handschrift als Ausdruck des Charakters? Wie heißt der Hundertjährige aus dem Roman Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand? Wie heißt ein Roman von Victor Hugo, der die französische Gesellschaft beschreibt und dessen Protagonist der Sträfling Jean Valjean ist? Jean Valjean ist Und wie ihr seht, war es das jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis bald. Ciao!